Ich bin Jule Brandt. Meine Position ist äußeres Mittelfeld. Ich bin seit 19 Jahren alt und meine Nummer ist die 29. Die Gespräche waren gut. Ich kannte viele von Wolfsburg, die auch ausschließlich Positives erzählt haben. Das Gesamtpaket hat mich einfach überzeugt. Ich denke, ich komme durch mein Tempo und gehe auch gerne in die Triplinks. Ich würde sagen, dass mein Spielstil ein bisschen riskanter, die gerne dann die Duelle sucht. Ich denke, ich bin ganz schnell. Das hilft mir in meinem Spiel und wir tragen die Schnelligkeit. Dass wir als Mannschaft gut zusammen agieren, dass jeder für jeden kämpft und dass wir so einen großen Erfolg haben. Dass wir uns trotz auch neben dem Platz gut verstehen. Ja, dass wir einfach eine coole Mannschaft sind, mit der man Spaß haben kann. Entspannt. Cool. Ich gehe gerne frühstücken oder brunchen mit Freunden. Ich schaue auch gerne oder spiele gerne Basketball. Oder zu Hause hatten wir einen Koop. Da habe ich mit meinen Geschwistern immer gespielt. Oder manchmal gespielt. Möglichst viele Titel gewinnen. Am besten die Saison 3. Tausend, ciao. know wer? Das stimmt nicht. Da war fertig und da.